Hallo und herzlich willkommen Freunde, ich bin es wieder, euer Jesse und es wird mal Zeit für ein kleines Update. Ich werde immer häufiger gefragt, Jesse, wo ist Diablo 4? Wo ist Immortal? Wo ist der Diablo 3 PTR? Und jetzt haben wir mal ein paar Infos dazu. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Der Quartalsblock von Diablo 4. Also ihr wisst ja, alle drei Monate gibt es ein Statement von Blizzard. Das ist Diablo 4. Daran wird gearbeitet. So sieht es aus. Dieser müsste Ende diesen Monat kommen. Der letzte war so Ende Juli, jetzt hier Ende September und es gibt auch einen Blue Post vom US Community Manager dazu zum Quartalsblock und aber auch zum PTR. Denn viele wissen, wir spielen jetzt schon zweieinhalb Monate die Season 21. Wir warten auf die Season 22 und das soll ja einen großen Palance Badge und so weiter mitbringen. Das bedeutet, jede Klasse in Diablo wird Veränderungen erfahren, wird auch geänderte Sets und so weiter bekommen. Deswegen verzögert sich das alles. Deswegen auch das Season-Thema und die Season-Belohnung und das müsste jetzt aber diese beziehungsweise nächste Woche kommen. Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, wahrscheinlich kommt es jetzt. Also ich gehe davon aus, dass wir am Freitag die Patch-Infos kriegen. Nächste, spätestens, aller spätestens übernächste Woche den PTR-Start haben. Der läuft dann zwei Wochen und dann will sich Blizzard nochmal zwei Wochen Zeit nehmen, die gesamten gesammelten Daten und Infos einzusammeln und die natürlich dementsprechend umzusetzen. Also es bedeutet also, für die, die PTR spielen wollen, dass ihr euch langsam ready macht, das Timing, was für ein Zufall, schneidet sich auch ein bisschen mit Pass of Exile. Also für alle, die POE spielen, da geht es in drei Tagen wieder los. Je nachdem, wann man jetzt das Video guckt, also am 18. ist hier um, ich glaube, 21 Uhr oder 22 Uhr, ist hier ein neuer Leak-Stark. Das Leak-Thema und so weiter klingt auch relativ interessant, ist geil, ne? In einem Diablo-Video-POE-Werbung machen, aber so kann man die Zeit halt überbrücken. Also wer es noch nicht getan hat, einfach mal kurz reingucken in die neue POE-Leak, bis in Diablo kommt. Das Gute daran ist natürlich, dadurch, dass sich Diablo jetzt verzögert hat, dass wir keinen gleichzeitigen Season-Start mehr haben, was natürlich für uns einfach gut ist, weil es gibt viele, die beide Spiele spielen wollen und daher bietet es sich da an, auf jeden Fall mitzugehen. Also für die, die die Daten notieren, wir rechnen mit Ende des Monats mit einem Update bezüglich Diablo 4 mit dem Quartals-Update, was Sie eh ausständig sehen. Wie sieht es denn mit Diablo 4 aus? Wie stark wurde das jetzt hier auch von der aktuellen Krise und so weiter getroffen? Denn ihr wisst ja auch, Immortal theoretisch hätte Diablo Immortal die Testphase ja schon starten sollen. Jetzt ist aber nur eine interne Phase gestartet. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass die interne Phase beendet sein sollte. Meine Information ist das nicht. Ich habe mich kurz mit dem Community Manager vertraulich unterhalten und dementsprechend wird das noch ein bisschen dauern. Das ist auch so die Info, die ich so weitergeben kann. Es wird mit Diablo Immortal, auch alleine mit der Testphase, wird sich das Ganze noch etwas verzögern. Also die genauen Gründe wurden nicht genannt, aber man kann es sich mal denken. Und das, was halt für uns jetzt praktisch interessant ist, wir haben ja auf der einen Seite auch die ganzen Was-muss-gebufft-werden-Videos gemacht, also diese Miniserie, wo wir uns anschauen, welche Sets von den diversen Klassen noch total underperformen. Also wo es heißt, okay, da müssen wir nochmal drauflegen. Da ist auf jeden Fall noch jede Menge Potenzial vorhanden. Also diese Sets werden wir dann hoffentlich mit Season 22 sehen. Also zum Mitschreiben, es dauert noch mindestens 4 Wochen, bis Season 22 startet. Es wird noch mindestens 1-2 Wochen dauern, bis der BTR startet. Und Ende des Monats kann man mit einem Diablo 4 Update rechnen, um dann zu sehen, okay, wie sieht es denn aktuell aus. Also für alle, die es noch nicht getan haben, gönnt euch die Season-Reise, gönnt euch das neue Pad, damit ihr das hier abschließt. Gönnt euch die Kiste, aber ich denke mal, die Kisten werden die meisten sowieso schon haben. Und wenn ihr die noch nicht habt, Season-Reise abschließen, Kiste holen und dann sind wir ready to go, um hier weiter nach vorne zu stoßen. Das war das Update. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sobald es natürlich neue Sachen gibt, mache ich euch ein Video dazu, beziehungsweise werdet ihr das auch in den diversen Streams sehen. Wenn es irgendwelche Fragen geben sollte oder irgendwelche Wünsche, was wir uns in der Zwischenzeit anschauen könnten, ab damit in die Kommentare und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.